Der Navarra Cup der Salsa Schule Dessau wurde in diesem Jahr im Alten Theater Dessau veranstaltet. Schon zu den vergangenen vier Auflagen wurde immer ein unterschiedlicher Ort gewählt. Mit dem Alten Theater macht der Navarra Cup den nächsten Entwicklungsschritt. Das Schöne am Salsa tanzen ist die Leidenschaft, ist die Musik und der Rhythmus. Ich sage auch mal fernab des Mainstreams, also ist kein ausschließliches Standard- und Latein tanzen, sondern schon was Besonderes und gerade die Männer können sich froh schätzen, wenn sie sich über die Anfangsstunden gequält haben, dann mit ihrer Partnerin ein Hobby zu haben, was nicht jeder hat. Und das, denke ich, wird heute Abend auch hier deutlich werden, dass es was ganz Besonderes ist, gerade in Mitteldeutschland Salsa zu tanzen. Zehn Paare konnten am Wettbewerb teilnehmen. Altersbeschränkungen gab es dabei nicht. Lediglich Profitänzer, also im ADTV oder in anderen Vereinen organisierte Salsa-Lehrers oder Tanzlehrer waren nicht zugelassen. Schließlich geht es beim Navarra Cup weniger um die perfekte Ausführung der Salsa. Ja, es hat natürlich auch technische Aspekte, der Wettbewerb, aber auch ganz besonders die Ausstrahlung, die Harmonie zwischen den Paaren und das Austanzen der Figuren an sich, das Rhythmusgefühl und natürlich auch die Kleidung am Abend. Das spielt eine ganz wesentliche Rolle und die Publikumsreaktion natürlich auch, weil es sollte sich auch den Gästen Spaß machen und dann wird so ein Abend auch einen würdigen Sieger hervorbringen. Die besten drei Tanzpaare konnten sich am Sonntag über Preise freuen. Auch das macht den Navarra Cup zu etwas ganz Besonderem. Den Wanderpokal, also den ersten Platz, ertanzten sich am Ende Elisabeth Antal und Michael Wibrich. Wer selber Salsa tanzen lernen möchte, kann dies bei der Salsa-Schule Dessau. Vier verschiedene Kurse werden angeboten, vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen Kurs. Darüber hinaus präsentiert sich die Tanzschule auf verschiedenste Art und Weise, zum Beispiel bei der Tanznacht im März. Ja, es wird noch weitere Highlights geben, außerdem dem regelmäßigen Programm der Salsa-Schule Dessau, also das wir an verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen teilhaben, werden wir uns dieses Jahr im Rahmen des Sachsen-Anhaltages präsentieren. Wir werden erstmals das Dessauer Salsa-Boot, was schon eine zwölfjährige Tradition hat, auf der Gottsche fahren lassen und werden auch wieder im Sommer und im Herbst in Kooperation und Zusammenarbeit mit der Tanzschule Günther kleinere neue Veranstaltungskonzepte platzieren, um das Tanzen und das Salsa-Tanzen zu präsentieren, zu verbinden und für die Leute erlebbar zu machen. Frei nach dem Motto, rhythmische Bewegungen zu sonnigen Salsa-Klängen. Mehr Informationen zu Salsa in Dessau-Roslau finden Sie unter www.schlaflos-in-dessau.de www.schlaflos-in-desau.de